Hallo und herzlich Willkommen ihr Sepplinge zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, ihr seht hier eine kleine Veränderung. Darf ich vorstellen an alle, die sie noch nicht kennen, mein Toviano Hot Promise, mein Stütchen hier. Ich finde, hier steht das Moorland Set sehr gut, mit diesen hellen Zügeln, so hellen Mähne zu hellen Fell, teilweise zumindest hell. Ja, ich habe mich auch ein bisschen verändert. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit für eine Veränderung. Wir stehen jetzt hier bei Mali bzw. müssen jetzt noch hinreiten. Ja, ja, diese Ätna. Eigentlich müsste irgendwas stehen und ich bleibe da jedes Mal dran hängen. So, gucken wir mal, wie wir jetzt hier weiterhelfen können. Zwei Quests haben wir hier. Wer kennt Valiant? Und Schritt für Schritt. Gucken wir erstmal, ob wir rausgefunden haben, wer den kennt. Hau, die Dina. Ich konnte die letzte Nacht nicht schlafen. Ich bin nur wachgelegen und habe an Butterfly und die Baroness gedacht. Es tut mir leid, Dina, aber niemand hat wegen Valiant angerufen. Kannst du nach Silverglade reiten und fragen, ob jemand etwas gesehen oder gehört hat? Klar, das können wir doch machen. Ist doch kein Ding. Und Schritt für Schritt. Ich sehe, Valiant vertraut dir mehr und mehr. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, aber ich habe eine Idee. Die ist, glaube ich, wert, es zu testen. Weißt du noch, wie schlecht das mit dem Barrel Race gelaufen ist? Ich denke, Valiant könnte es jetzt schaffen. Du musst nicht zu besorgt aussehen. Ich erkläre dir meine Idee. Du hast Valiant aus deiner Hand fressen lassen. Mach das nochmals, aber anstatt stillzustehen, lockst du ihn über die Bahn. Dann wird er merken, dass es gar nicht gefährlich war. Hier, nimm ein paar Zuckerstücke und zeige Valiant den Weg durch das Barrel Race. Ich weiß, dass du das schaffst, Dina. Jihau! Okay, probieren wir es mal aus. Können wir das auch vom Pferd aus machen? Ich glaube, ja. Na komm mit, feiner. Ja, fein. Prima. Ah, jetzt muss ich ihn wieder locken. Ups, der ist aber schnell jetzt hier. So, jetzt geht er gerade aus. Ah, stopp. Geht nicht gerade aus. Jetzt geht er gerade aus. Oh, der ist so schön. Ich finde diese Pferde so herrlich. Die sehen so ein bisschen, ich glaube, die haben den Stil von dem Alten, von den Vorgängerteilen, oder? So ein bisschen. Irgendwie knuffig. So. Weiter. Ja, fein. Geht doch. Prima. Jetzt warten wir hier mal auf der anderen Seite auf ihn. So, wir schummeln ein bisschen. Ja, klasse. Fein gemacht, Valiant. Oh, guck mal da. Der kriegt ja richtig Selbstvertrauen. Jetzt galoppiert er sogar schon wieder. Ja, prima. Ja, genau so soll es sein. Sehr schön. So, Marley. Es hat geklappt. Alles wunderbar. Jeha. Ich habe es gesehen. Was für ein toller Job, Dina. Wow. Ich soll dir dich die Pferdeflüsterin nennen. Ach, Quatsch. Wohlverdientes Striegeln. Okay. Jeha. Unglaublich. Dass du es geschafft hast, Valiant durch das Barrel Race zu führen. Ich bemerke schon eine Veränderung. Er ist schon viel ruhiger als vorher, dank dir, Dina. Kannst du ihn striegeln und auch seine Hufe auskratzen? Hier, nimm meinen Hufkratzer und meinen Striegel. Valiant hat gute Arbeit geleistet und hat sich ein bisschen Pflege verdient. Ich denke, er will lieber, dass du dich um ihn kümmerst. Okay, mach mal das. Ich muss hier mal ganz kurz schauen. Äh. Ähm. So. Jetzt pflegen. Dass wir hier für unsere Aufgaben immer anderes, andere Sachen kriegen. Ach, erst Hufe auskratzen. Okay. Ich mach das immer anders, wenn ich bei Romero bin. Ich, äh, kratze die Hufe immer erst ganz zum Schluss aus, damit er sich nichts Neues mehr reintritt. So. Ach, ist das herzig. So, jetzt hat er die dunklen Flecken endlich weg. Der ist so schön. Der ist so, oh, der hat so eine tolle Farbe. Komm, ich liebe dieses Pferd. Ich hätte ihn genau so gerne bei mir stehen. So. Wohlverdiente Striegel abgeschlossen. Bist du fertig mit Striegeln? Toll. Dann lassen wir Valiant ein bisschen ausruhen. Sonst wird es dem armen Kerl zu viel. Okay, wir müssen ja sowieso noch nach Silverglade. So. Böse Stimme. Schön bei mir bleiben. Nicht abhauen. Muss ich dir auch Zuckerstückchen geben, wie Valiant. Valiant ist auch anfangs abgehauen. Okay, gut. Dann wollen wir jetzt mal nachhören, ob den irgendjemand gesehen hat. Genau, der Ratzmann ist eine gute Adresse. Der Dreh- und Angelpunkt hier in Silverglade. Machen wir das Bild mal unter die Nase. Er hat keine Ahnung, aber wir sollen mit Steve reden. Aber hier können wir, glaube ich, auch noch... Ne, das ist Steve. Da können wir vielleicht auch mit Donald reden. Ja, ich wollte gerade sagen, Donald ist doch auch hier... Die sagen alle, wir sollen mit Steve sprechen. Ja, dann reden wir mal lieber mit Steve direkt. Stopp, 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 stopp. Wenn hier Felix auch noch gerade auf dem Weg steht. Ja, er sagt auch mit Steve. Lance und Dingsbums da. Wie heißt der nochmal? Ihr wisst schon, der Bäcker. Die werden dann wahrscheinlich auch sagen, red mit Steve, der hat Ahnung von Pferden. Fangen wir einfach mal nach. Ja, Steve erkennt das Pferd wieder. Tatsache, da haben die anderen recht gehabt. Woher? Hallo, meine Freundin. Dieses Pferd hier erkenne ich wieder. Keine Ahnung, wie der arme Kerl heißt. Ich glaube, er hatte nie einen Namen. Aber ich kenne den Eigentümer. Ach, okay. Das ist ja schon mal eine Spur. Mir fällt nicht ein, wie der Eigentümer des Pferdes heißt. Es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Kein netter Mann. Ich empfehle dir, dich von ihm fernzuhalten. Wie er aussieht? Hm. Lass mich nachdenken. Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, war er kräftig gebaut und hatte einen braunen Schnurrbart. Aber das ist ein paar Jahre her. Meine Freundin, du solltest nicht nach diesem Mann suchen. Er ist richtig gemein und es würde mich nicht wundern, wenn er diesen armen Gaul geschlagen hätte. Wo ist denn das Pferd jetzt? Bei Marley? Gut. Dann hat der arme Gaul eine Chance, sich wieder zu erholen. Ich schlage vor, dass ihr zuseht, dass das Pferd bei Marley bleibt oder zumindest irgendwo, wo es ihm gut geht. Du solltest das Marley erzählen. Dieses Pferd kann auf keinen Fall trainiert werden. Okay. Ja gut, dass wir die Info erhalten haben. Das wäre ja jetzt schlecht gewesen, wenn wir den trainieren. Oder er hat vielleicht irgendwelche Krankheiten. Ich meine, es gibt ja auch Pferde, wo man sich nicht mehr draufsetzen darf. Aus irgendwelchen gesundheitlichen Problemen im Rücken oder so. Und wenn wir den jetzt geritten hätten, dann hätte er womöglich noch irgendwelche Probleme mit der Wirbelsäule bekommen. Oder keine Ahnung was. Ich weiß ja nicht, was der Grund ist, warum Steve sagt, wir dürfen dieses Pferd auf keinen Fall reiten. Das hat er uns ja nicht gesagt. Er hat ja nur vermutet, dass der alte Besitzer oder der eigentliche Besitzer ihn geschlagen hat. Ja, dann hat er es auf jeden Fall besser bei Marley. Hallo? Das geht doch nicht. Man kann keine Tiere schlagen. Es ist unmöglich. Hat Steve Valiant wiedererkannt? Was hat er erzählt? Ja, du musst da jetzt durch. Durch diese grausame Geschichte. Oh, der Arme. Das hier hört sich wirklich nicht gut an. Armer Valiant. Dass es solche Menschen gibt. Pfui. Jetzt wundert es mich gar nicht, dass ich Valiant weder zum Springen noch zum Barrel Race bewegen konnte. Das muss ihn furchtbar erschrecken. Ich frage mich, ob er überhaupt schon mal eine Sprungbahn geritten ist. Er reitet nicht, er läuft. Wir können Valiant auf keinen Fall zu diesen Menschen zurückschicken. Aber ich weiß nicht, ob er sich bei mir hier wohler fühlen würde mit den ganzen Besuchern, die dauernd kommen. Ich werde die Baroness fragen, ob er stattdessen bei ihr untergebracht werden kann. Apropos Baroness. Ich muss heute mit dir sprechen. Es ist an der Zeit, ihr das von Butterfly zu erzählen. Kannst du nicht mitkommen, Dina? Bitte. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Vielen Dank. Ich habe auch ein paar Waren, die rauf zum Weingut müssen. Ich kann sie genauso gut gleich mitnehmen, dann spare ich mir einen Weg. Ich weiß nicht, ob ich der Baroness nach dem hier noch in die Augen sehen kann. Kannst du mir helfen, Valiant zu beladen? Ich bin zu nervös jetzt, um das auf die Reihe zu bekommen. Danke. Oh, jede arme Mali. Ich kann es nachvollziehen. Angenehm ist es sicherlich nicht. Das Problem ist jetzt, wenn wir nicht wissen, woher Valiant ist, dann kriegen wir auch so schnell nicht raus, wo Butterfly hin ist. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Okay. Ach, hier schön wieder beladen. Dass das nicht runterfällt. Wow, es ist dir gelungen, die Waren ohne Probleme auf Valiant zu laden. Ich bin beeindruckt. Du hast wirklich gute Arbeit mit ihm geleistet. Haben wir gerne gemacht. So, dann ist es Zeit. Zeit, zum Weingut zu reiten. Ich würde das hier lieber vermeiden, aber ich habe keine Wahl. Ich muss der Baroness erzählen, was passiert ist. Danke, dass du mit mir kommst. Kannst du den letzten Teil der Lieferung noch auf deinem Pferd mitnehmen? Danke. Wir werden alles bei Karni lassen. Ich reite schon voraus. Wir sehen uns dann beim Weingut. Okay. Alles klar. Nehmen wir den Rest noch mit. So, prima. Okay, schneller können wir wieder nicht reiten. Wir könnten jetzt natürlich absteigen. Machen wir das? Ja, komm, machen wir eben. Weil, kleiner Trick für euch, wenn ihr einmal absteigt und dann wieder aufsteigt, wenn ihr verlangsamt seid, dann könnt ihr nämlich wieder normal schnell reiten. Besonders für lange Strecken ist das wirklich sehr, sehr angenehm. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das mal gesagt hat. Ich habe echt keinen Plan mehr. Irgendwer hatte mir das erzählt, aber... Puh. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das die Baroness gleich aufnimmt. Ich meine, wir haben ja jetzt eine Beschreibung von Steve. Vielleicht weiß ja die Baroness, wer das ist. Das könnte natürlich sein. Also, ich muss ehrlich sagen, mir fällt da gerade niemand ein. Keine Ahnung. Aber erst mal hier die Waren abladen. Ja, wo ist denn? Ach da, jetzt erscheint Mali hier. Erst mal mit Kani reden. Aha, Mali ist mit dir gekommen? Dachte nicht, dass sich der Pferdling hierher traut, nachdem er das Pferd der Baroness verschlampt hat. Ah, jetzt sei nicht so... Mann, der ist da sowieso schon so ein schlechtes Gewissen. Mali und ich müssen kurz ungestört reden. Übrigens, Herr Anvir ist hier. Du weißt, er hat mir geholfen, Butterfly zu transportieren, bevor dieser Taugenichts Mali ihn verloren hat. Das ist sein Auto, das dort hinten steht, das Violette. Du wolltest doch mit ihm reden. Geh hin zu ihm, dann wirst du sehen, dass er ein ehrlicher Mann ist. Du kannst nachsehen, ob sie im Auto sitzen, ansonsten musst du warten, bis sie wieder zurückkommen. Wahrscheinlich ist Herr Anvir dieser... Sieht aus so ein bisschen wie ein Käfer. Wahrscheinlich ist Herr Anvir der Mann mit dem Schnurrbart. Untersuchen. Ha, okay. Es sieht so aus, als ob niemand im Auto sitzt und du wirfst einen Blick durch die Scheibe. Aber was ist das hier? Das sieht doch aus wie ein Farbeimer. Und am Rücksitz liegt etwas, das aussieht wie die Papiere von einem Pferd. Ein Pferd, das Butterfly zum Verwechseln ähnlich sieht. Du überlegst, ob du die Autotüre öffnen sollst und genau in dem Moment, als du den Griff berührst, hörst du Schritte hinter dir. Karl und Herr Anvir. Okay, Herr Anvir sieht ja eigentlich recht nett aus. Hm. Und was haben wir hier für ein junges Fräulein, das bei meinem Auto herum schnüffelt? Ach so, du schnüffelst gar nichts, sagst du? Na dann. Ja, stimmt. Mein Kollege Karl und ich haben ein Pferd von hier zum Marliesfarm mitgenommen. Aber nein, was sagst du da? Ihr habt den Verdacht, dass das Pferd ausgetauscht wurde? Wer würde so etwas machen? Du glaubst nicht, dass dieser Mali das Pferd mit einem anderen verwechselt hat? Also wenn es nach seinem Bruder geht, dann ist dieser Mali ziemlich verwirrt und kann nicht mal auf seine eigene Nase aufpassen. Ein bisschen übertrieben, aber so hat Kani ihn beschrieben. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ich hoffe, dass ihr das Pferd bald findet. Wir müssen weiter. Wir haben jede Menge zu tun, bevor unser Boot kommt, um uns heute Abend abzuholen. Karl und ich reisen viel. Wir schlagen unser Lager meistens am Wasser auf. Sehr praktisch. Sehr bequem, um überall hinzureisen. Wenn es nach mir geht, ist es viel besser über das Wasser, als über Land zu reisen. Aber du, viel Glück. Ich weiß, dass es nicht hilft, aber nimm mal ein paar Mandarinen. Karl hat sie gekauft, obwohl ich ihn ausdrücklich um Orangen gebeten habe. Diese Idee... Äh... Ich meine, so etwas kann man leicht vergessen. Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diesen Typen mehr als nicht vertrauenswürdig. Bitte sehr und viel Erfolg mit dem Pferd. So leicht kommst du mir nicht davon hier. Bist du immer noch hier? Es tut mir leid, dass dein Pferd weg ist, aber ich kann dir nicht helfen. Statt hier herumzulungern, solltest du lieber nach deinem Freund Mali sehen. Es sieht so aus, als ob er gerade eine ordentliche Standpauke bekommt. Karl und ich haben jede Menge zu tun. Oh! An jeder Stelle Baustellen und Kindergarten hier. Mann, 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 Mann. Ach, Karni ist sauer auf mich und Valiant hat angefangen, sich komisch zu benehmen. Ich weiß nicht, was hier falsch ist. Er mag das violette Auto vielleicht nicht. Es sind garantiert, haben die die Pferde ausgetauscht. Was mit Valiant? Was ist mit Valiant los? Er war vorher so ruhig und nun ist er wieder genauso nervös wie früher. Bis ich diesen Karl, oder wie er heißt, begrüßt habe. Der, der Herr Anvi geholfen hat, Butterfly zu liefern. Was sagst du? Du glaubst, dass Karl Valiants früherer Besitzer ist? Ja, Steves Beschreibung nach könnte das stimmen. Easy, Valiant, easy. Schhh. Du hast schwarze Farbe im Auto gesehen und Papiere über ein Pferd, das wie Butterfly ausgesehen hat? Oje, das ist nicht gut, aber wir haben keine Beweise. Easy, Valiant. Oh nein, er reißt sich los. Valiant, komm zurück. Oh nein, er läuft davon. Was will er? Glaubst du, er will uns etwas zeigen? Dina, verfolge Valiant. Ich versuche in der Zwischenzeit, Herrn Anvir und Karl aufzuhalten. Beeile dich. Wo ist er denn? Da vorne. Lauf. Lauf, I promise. Ach okay, es reicht nicht, wenn wir ihn einfach erwischen. Also wir müssen schon eine gewisse Strecke anscheinend hinter ihm her reiten. Um das Questziel zu erreichen. Oh, Level Up wäre jetzt noch schön. Das wäre nicht schlecht. Hier geblieben, Valiant. Stopp. Ruhig. Brrrr. Hey. Ist alles gut. Warnung, Text fehlt. Auch sehr gut. Hey, Valiant. Stopp. Ach ja, ich weiß, dass ich Valiant aus den Augen verliere. Los, lauf schon, Hot Promise. Ja, das Stütchen ist doch erst Level 1. Oh. Birkenhügel. Okay, hier war ich auch noch nicht. Oh, da unten. Hm. Valiant bleibt plötzlich stehen. Er scheint dir einen speziellen Platz zeigen zu wollen. Ja, ich habe gerade schon gesehen, da unten steht Butterfly. Valiant hat dich zu einem Lager gebracht. Vielleicht das von Herrn Anvir und Karl? Du erinnerst dich, dass Herr Anvir erzählt hat, dass sie ihr Lager gerne am Wasser aufschlagen. Wenn du dich hier etwas umsiehst, wirst du sicher etwas finden, das dir einen Hinweis liefert, dass Herr Anvir und Karl etwas mit dem Verschwinden von Butterfly zu tun haben. Ja klar, weil da Butterfly steht. Komm, das machen wir jetzt aber eben noch. Das Level Up, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, auch wenn das eine bisschen längere Folge wird. Oh. Ei, 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 ei. Ach, wir müssen erst da durch, glaube ich, durch das Tor. Ach, echt. Die hier solche Sachen abziehen, kein Wunder. Ich will nicht wissen, was wir mit Valiant für krumme Dinger gedreht haben. Das Pferd vor dir kommt dir bekannt vor. Ja, Butterfly. Ah, und wir sind Level 16. Sehr cool. Ja. Aber ihr Lieben, Och, guck mal hier, ich packe jetzt hier rückwärts an. Ich mache jetzt ein ganz putziges Bild. So. Schaut mal hier, das ist doch knuffig, oder? Ah, die zwei Knutschen. So. Ja, jetzt, nachdem wir Butterfly immerhin schon mal gefunden haben, dank Valiant, haben wir ja jetzt schon mal den Beweis, dass sehr wohl Karl und Herr Anwil für das Verschwinden zuständig sind. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht. Aber, wie wir das Ganze dann auflösen, wie wir Butterfly zurückbekommen und was mit Valiant passiert, ich würde sagen, das erfahren wir dann in einer weiteren Folge. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute von euch und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020